Hey, Scheiße ist die Macht, wir holen uns die Meisterschaft, das der hat die Macht. Wir haben stehen zum Club aus dem Revier, komm auch du zum S04. Weg damit, aber super gemacht, Klammer, das hat man gesagt, wir können das Spiel nicht machen, ich habe es gerade gesagt. Ey, klasse gemacht, Klammer, ehrlich, boah, aber guck dir das mal an, jetzt guck mal, guck mal, hier, der bewegt sich weg von Zegui. Hat der Brunner erstmal super geklärt, Klammer, super gehalten, Scheinberg, bereits mit links den Ball wegzuschieben, hast du gesehen? Warum schießt er nicht mit links nach außen? Warum versucht er mit rechts, dann spielt er ihn genau in die Mitte, Scheinberg, ehrlich. Nein, ich finde den auch nicht gut, ey. Dreifach Chancen hat die gehabt, innerhalb von einer Minute. Ah, ist Elfmeter, ist Elfmeter, ja. Wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Tempel war, versucht zu erkleinen, ich habe mein Gesicht geschützt, bevor. Der zeigt so, der hat aber so gewartet. Ja, ist egal, aber ist Elfmeter, ist Elfmeter, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Komm Langer, komm Langer, komm Langer, Elferkiller, du bist ein Elferkiller, ich glaube an dich. Komm Langer, ich glaube an dich. Elfmeter für St. Pauli, komm Langer. Komm Langer, ich weiß, dass du den hältst, ich weiß, dass du den hältst. Langer, du bist ein Elfmeterkiller, Junge. Du bist ein Elfmeterkiller. Ja oder nein? Ja. 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 Ja, ja, sauber, sauber, komm her, ja. Wer hat der Tor gemacht? Poyta oder Poyta? Ich weiß jetzt nicht, entweder Poyta oder Kabadah. Ja, über die linke Seite, Mokin und Obi-Jan im Zusammenspiel. Super. Wer hat der Tor jetzt gemacht? Ich konnte es jetzt nicht richtig sehen. Poyta. Ja. Wer hat der Tor jetzt gemacht? Ich hoffe, Kabadah ist ja nicht anders. Ich weiß jetzt nicht, scheißegal, wer der Tor gemacht hat, aber ich will gerne wissen, wer den Fuß dahin geht hat. 1-1? Ja. Zeig mal, wer der da hat. Guck mal, schön gemacht, guck mal. Guck mal, die beiden spielen richtig gut zusammen und der eine hat einfach zurückgezogen. Wer war der? Ja, Poyta war der. Mit unserer Nummer 40, Sebastian, Poyta, Sebastian, Poyta, Sebastian, Poyta, Schalke, 1, Pauli, 0, Glück, auf, danke, bitte. Ja. Heute, Rother unser. Spiel rüber. Gut gemacht, Kabadah. Ich dachte, der Betrumpel. Boah, Jugze, schade. Guck mal, man hat es gesehen, wie der in den Körper kommt. Jetzt spielt er, guck mal, wie der sich macht. Wie denn? Boah, hätte fast... Und war klar, dass er schießt. Das war fast der Schie. hier siehst du den fehler gar nicht eng drauf gehen nur so alibi und jetzt schießt er ich sage doch fuß vor Aber ey, ey, erklär mir mal jetzt bitte, erklär mir mal die Scheiße jetzt. Jetzt erklär mir das mal, wie die da defensiv grottenschlecht, wir sind grottenschlecht defensiv grottenschlecht. Richtig schlecht sind wir. Und wer noch immer glaubt, dass wir aufsteigen mit so einer grottenschlechten Defensive, der soll lieber ins Kino gehen und sich da mal Filme anschauen. Mit so einer Defensive steigst du nicht auf, niemals. Grottenschlecht, guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie defensiv grottenschlecht wir sind. Guck mal, guck mal, jetzt guck mal. Fünf Mann stehen da. Fünf Mann, guck mal. Guck dir das mal. Was macht ihr? Was machen die da? Was machen die da? Wie krass seid ihr denn? Was macht ihr Murkin? Wo will er hin? Nach Australien? Oder ne, wo willst du hin? Der macht das super. Guck mal. Geht an dem vorbei? Wird weg, Brüttrich. Und der schießt den drüber, der Kapadai. Meine Güte. Okay, hat er super gemacht. Aber, ey, was für Torsche und so vorne. Aber da gibt es keine gute Chance. Nein, wir können nur... Schöner Ball. Ah, scheiße. Meine Güte. Wie viel Torsche und so noch? Ey, bitte. Meine Güte. Es kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Wie hab ich hier noch gemacht? Der schießt den drüber. Nein. Guck mal, was machen die da? Boah, ey, hast du das jetzt gesehen? Super langer, super langer. Und jetzt schreit mich direkt mit. Ja, verstehe ich nicht. Die gucken zu. Gucken zu, wie die schießen. Hast du das jetzt gesehen, die Lücke? Bei denen schießen wir jetzt nicht. Das ist ein bisschen katastrophal in der Defensive. Katastrophal. Und jetzt hört's so. Temperatur. Doch Anstieg. Eeeey, falk der nicht? Ehm, was ist der für ein Schiedsrichter? Das Spiel kommt mir vorhin her, ob wir jetzt führen. Da sieht gar nichts mehr zu letzter Woche. Lass uns spielen. Papa, such raus, was wir vorhin gesagt haben, such das raus. Und wie gesagt haben, 2-1 oder 3-1. Das Spiel kommt mir vorhin. Mach du zum Ex-Null-Pier.